Ja, und so geht es also weiter. Mit dem lustlosen Philipp hier. Mein Gott. Der lustlose Philipp. Erstens ist dieser scheiß Lader extrem kacke, wenn er mit dir in der Lane ist, weil er so ein Axthasel ist. Zweitens rennen die voll auf mich zu. Drittens wollte... Äh, hallo? Ich würde den gerne hier... ...drei bei Gefeide zum Exzess. Das ist krass. Hallo, darf ich denn denn überhaupt noch? Na... Ja, jetzt ist es... Ja... Oh... Oh, so. Das ist wieder da. Ja... Und das sieht die Arschlöcher wie... Ah, ich weiß, wenn ich mir das hole. Hoffentlich holt ich dir keine Annahme. Scheiße. Oh... Oh... Das ist echt bitter. Bitte bewege dich. Bitte bewege dich. Bewege dich. Bewege dich. Dankeschön. Ja, jetzt kann es sein. Du bleibst schön hier. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Na, komm. Na, los. Ja, genau. Rennt vor. Da ist er. Da ist er. Ich glaube noch von oben. So gestanden. Da kommt Rusko. Ah, komm, ne. Du kriegst die noch mal noch. Du kriegst die noch mal drauf. Ja... Nein, du bist jetzt gestern. Ja, ich verpüß mich. Hätte schön. Oh, nein, nein, nein. geh, 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 geh. das macht die Kinder auch wieder? Wer hat 5 Kits und wer hat 5 50? Weiß ich nicht. Ich nicht. Oh Mann, ey. So, erst mal hier die schöne Plate-Mail. So wird es sein. Ich werde dich drehen. Ja, ich auch. Da kommt Ursa. Da kommt Ursa. Und Huska. Und Philipp. Und Coria, verpiesel dich. Ich hab 18 Rüstungen. Wie viel hast du, Philipp? Du hast 8 Rüstungen. Philipp! Na, kann ich nicht mehr entfernen? Du bist dumm? Du hast auch, ja, das steht auch voll. Du hast Plate-Mail. So. Ah, ja, danke. Alles klar. Ja, ist er gelaufen. Ja, ja, das solltest du. Ja, das solltest du. Ja, das solltest du. Der Sky-Mail bestimmt so alle hinterher. Jetzt kommt Sniper mit seinem, mit seinem Super-Shot. Ja, der kriegt mich fast noch ein. Ah, ne, ich geh lieber. Ja, jetzt kommt noch der... Doringaan. Doringaan. Ihr sollt da hingehen, nicht alle zu mir. Ah, Mongolitis. Hallo! Gittert. Maka! Ah, ne, ja. Oh, man, 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 ja. Dota für Doofe. Hhhhhhhh. Hhhhhhh. Hhhhhh. Waaahhh. So, ich bin in diesem Scheiß Quot. Ich weiß auch nicht, was mir das bringen soll, aber... YOLO. die Instruktion ist aufgrund von dem Quatsch jetzt Schleiter wollen so gebietet das ist der Kranke Skalim LV 2 es ist eine Witz ja so stark gefiltert wurde auch nicht vielleicht war er auf den Camps aber bei der Füße Level zehn und halb ich bin auch schon ein weites Level ein Sniper ist auch gut guter Charakter muss ich muss auch sagen du kannst mir erzählen was du willst aber wenn du 10 kills hast 10 kills kannst du mir nicht sagen dass der nicht gefeadert wurde Na verbrenne was machst du dann nenn hier so jetzt ist er kaputt guck mal Philipp wie wir den jetzt kaputt machen Alter wie wir den kaputt machen und hier war irgendwo einer der wahrscheinlich gleich oben war Hoster und ich geh zurück weil wir angegriffen werden aber ihr pusht guck mal jetzt laufen sie immer alle dahin ooo kommen sie sind mal auf der Karte gaffen sie mir kalt 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 kaltes 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 dankeschön ok ok Riki du darfst dich auch mal leveln level 7 da Riki ja oh ja oh ja dich krieg ich gleich auch noch du mit wo ich komme haupt ja ich sehe was so aber ich weiß wer die echte ist ja jetzt kommt Riki noch das Schwadler oh der Nagasirin hat der Wasch gebracht und dann wird sie sterben die schlechte Drohrrangerin mit 0 zu 8 und Haschid ok wo ist alt? da ist alt Achtung nehm dir ja hab ich gesehen ich laufe na scheiße scheiße Jo Und da eile ich jetzt hin. Aber der heilt sich. Fuck. Aber egal. Ich geh ohne. Coolisch. Nie beiisch. Dann nimm ich wieder rein. Geil weg. Auf Sniper. Man. Ja, lauf weiter Sniper. So. Helfen. Scheiße. Ja. Ja. Ist klar. Ist klar. Und die Rigi, der kleine Noob, kann auch mal mit helfen. Klingeln. So. Wir werden jetzt so schön unter. Ja. Your bottom tower has fallen. Shit. Ja. Aber dieser Team ist echt schlecht. Und dann kommt er, ja, ach nee. Das ist n... keine Spaß. Unser Team ist echt schlecht. Unser Team ist wirklich schlecht geworden. So Rikki, jetzt komm mit und wir gehen auf Oser und Kapu denma rennen. Nein! Wer darf sich nicht halten? Ja! So, jetzt... Oh, nein. Komm, help! Help! The fuck! So, jetzt bist du dran. Mein kleiner Freund. Der folgst... Oh, der Sniper! Nein! Haha! Haha! So. Ich eile! Ah, ja, das passt schon. Haha! Ja, ja. Geht auf den fucking Sniper hier. Mach den kaputt! Hallo! Lass mich stufig! Moin! Und jetzt lauf! Komm, lauf mir hinterher! Ja, lauf weg! Ja, lauf weg! Komm, lauf weg! Ferrek! Ferrek, elendig! Nein! Super! Ja, mach ihn kaputt, Alter! Ja, wir sind alle hinterhergekommen! Dieser Emotionswandel hier! Ja, wir sind alle hinterhergekommen! Ja, genau! Das findes nicht gesehen. Ich bin teger! Ich bin, ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Aua! Du steuert gerade zu Hammer, aber YOLO! Ich bin krass! Hallo, Osa? Stopp! So! Ja, Drow, komm! Ja, jetzt, jetzt! Ich bin asozial, die Spielen, alter! Schnappen sich nur die Helden, ich stehe in vollem Krebs hier! Tralalalalal! 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 So, wen, wen, wer darf jetzt mal hier? Einer! Scheiße! Ah, geteilt! Jiger! Äh... Alter, was geht bei deinem Mikrogala ab, also? Wieso? Oh, da hast du ja gerade volle Pulle reingepustet! Was denn? Na, das ist voll krass der Rauschen, was du gerade eben hattest! Ja, das nennt man reinpusten, Philipp! Deine Top-Tower hat fallen! Ja, was machst du da? Das ist fein! Nein, 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 nein! Was war denn? Ja, jetzt kommt Sniper, das ist so klar! Der Typ nervt! Und was hat der da? Desolator! Kann mich mal! Fünfzehn Regeneration Polar, und das bringt mir ja auch so viel! Alter, wer hat's denn Stick, ihr habt gemacht! So, ein Pogo-Stick! So, wollen wir, äh, auf Roshan gehen? Was können wir machen? Ah, da kommt der nur Osa, ne? Die kommen doch nur alle! Ja, YOLO, Philipp! YOLO! YOLO! YOLO, und ich steh hier allein! Ja! Wenn das alles solche Noobs sind, die... Noo, greif doch mal den Sarg an! Noo, greif doch mal den Sarg an! Oh! Oh mein Gott, bist du dumm! Alleine mach ich das nicht, ich geh jetzt hier von hinten in die Mitte! Ja, siehst du nicht, was ich gerade hier mach? Die ist nur so Phantom Assistant, ne? So, jetzt helft mir wenigstens, du Mongole! Ja, danke, so helft mir hier auch! Ja, so helft mir bloß nicht! Ja, so helft mir bloß nicht! Sehen wir uns dann in der nächsten Runde weiter! Auf Wiedersehen! Bis gleich! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!